Die Kombination eines UTXO-Modells und der einzigartigen verknüpften Datenstruktur von IOTA 2.0 ermöglicht parallele Transaktionsvalidierungen. Und es gibt noch mehr besondere Funktionen. Kontenausgaben ermöglichen Ihnen die Validierung des Netzwerks. Delegiere das Wahlrecht oder beanspruche einfach die Mana-Belohnung. Gießerei und NFT-Ausgaben ermöglichen es Ihnen native und nicht von Ghibli-Token auf dem IOTA 2.0 Basisledger. NFTs können wiederum Ihre eigenen NFTs halten und übertragen. Stellen Sie sich Ihr Auto als ein NFT vor. Jeder Teil des Autos hat sein eigenes NFT und alle gehören zum Hauptauto-NFT. Dies ermöglicht eine detaillierte Darstellung von Vermögenswerten und Eigentum. Um eine Überlastung des Hauptbuchs zu verhindern, ist eine kleine Einzahlung für Speicherplatz erforderlich für jede Transaktion, die zusätzliche Daten speichert. Die dann erstattet wird, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden. Was IOTA 2.0 jedoch wirklich auszeichnet, ist, dass alle Transaktionen für Tokeninhaber völlig furchtlos sind. Dies sind die Eigenschaften, die IOTA 2.0 zu einer leistungsfähigen Plattform für Transaktionen, Tokenisierung und Datentransfer machen.